Die Geschichte der Geschichte Wir werden zur Tat, geben Rat, gestalten Realität, während diese vergeht, treiben voran, spornen uns an, verheddern und verknäulen sich, stellen vieles in Frage, werden zur Klage oder zum Motor, debattieren und diskutieren die Möglichkeiten, die fehlen. Wir können sie auch verlieren. Dann fängt es von neuem an in unserem Kopf, trennen, Gedanken, debattieren. Wir waren in einem großen, großen Arbeitsplatz, wo alle offenen Hilfen drin hoffen, die Brom-Familie, und haben uns überlegt, was ist mit den Barrieren innen? Warum denkt man nicht an Kunst, wenn man an Inklusion denkt? Warum denkt man nicht an Inspiration, an Anregung, an Interesse, an all diese feinen Dinge, zu denen wir alle Zugang haben? Und deswegen sind wir darauf gekommen, dass wir drei Kunstausstellungen machen. Eine war schon, das ist die in Läuburg-Donau. Die war sehr schön. Eine kommt nach Eichstätt, die Eichstätter-Kollegin. Und die goldene Mitte ist Pachen. Und wir haben es hier hergerichtet, im Arbeitskreis in Person Baden-Hofen, den es hier gibt. Und das ist ein guter Nährbogen für alles Mögliche, für uns ist schon kreativ. Und da schlug dieser Satz ein, Autismus ist das Gefängnis des denkenden Menschen. Der kam so zu uns, ich möchte eine Autorin, die auch Autismus hat, weiß ich, ob ich den Namen nennen darf, deswegen habe ich mich gerade ausgepfälzt. Darf man sagen? Das war die Laura, die das geht. Der verdanken wir für das Motto dieser Ausbildung. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich beschäftige mit der Art, wie ihr hier gearbeitet habt, umso überzeugender finde ich das. Und wenn ich jetzt schaue, wer alles da ist und was für eine Vielfalt vertreten ist, dann denke ich, ja, das ist ein sehr guter Weg und der funktioniert. Ich habe jetzt die Aufgabe, die Worte zu vertreten, die schwierigen Worte, die ganz, ganz schnell an ihre Grenzen kommen. Ich versuche es. Es geht um Inklusion, es geht um Autismus und es geht um Kunst. Ich greife die drei Gegriffe auf, ich mache mir Gedanken dazu, ich teile die mit euch und wir schauen, ob wir am Schluss Wege finden, wie das miteinander zu verbinden ist. Autismus, Autismus, Ausstellungsraum, Wand, Decke, Fenster, Rahmen, Bilderrahmen, Bilderhaken, Schnüre, Lichter, Lichtstrahl, Haare, schwarze Haare, graue Haare, graue Haare, blaue Haare, blonde Haare, Brille, rote Brille, graue Brille, zähne Brille, gesteifte Sände, schwarze Sände, Knöpfe, Uhr, Gürtel, 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 Hände, Finger, Füße, Schuhe, Schuhbendel, 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 Absätze, Schuhe, Absätze, Schuhe, Absätze, Schuhe, Absätze, Atmen, Atmen, Atmen. Licht von draußen, Licht von draußen, Geräusche, Atmen, Schnaufen, Hörerskreischen, Marschkreischen, die Schuhe, die Klasse, Atmen, Schuhe, 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 Orten, Schuhe, Endlich, Ruhe, Ruhe. In jeder Sekunde brechen ca. 1 Milliarde Sinnesreize auf uns herein. Aus diesem Chaos muss unsere Wahrnehmung Bilder machen, damit wir überhaupt eine Wirklichkeit haben. Dabei übersehen wir ganz viel. Und das ist ziemlich gut, denn sonst wären wir permanent überfordert. Damit wir diese Bilder haben können, ist es für uns notwendig, dass wir sozialen Wesen sind und in einer Gemeinschaft leben. Denn wir übernehmen ganz viele Bilder. Wir lernen sehr schnell, was ein Bild ist, was ein Rahmen ist, was eine Schnur ist und das macht es uns leicht. Denn diese übernommenen Bilder helfen uns in eine Ordnung hineinzuführen. Zudem gibt es ganz vieles, was wir intuitiv lernen können. Ich schaue sie an, sie lächeln, ich erkenne sie. Und ich brauche das gar nicht lernen, denn meine Spiegelneuronen triggern meinen Körper und mein Körper gibt mir das Gefühl, was lächeln bedeutet. Das kann ich an. Wir verpacken die Welt in kleine Informationspakete. Diese Informationspakete dienen uns allen als Geländer. Sie dienen uns als Geländer, damit wir nicht in den rauschenden Strom der sinnlichen Überflut hineinstürzen. Aus Chaos Ordnung zu machen, ist also ein Grundmoment des Menschseins. Ein Grundmoment, je könnten wir Mimik und Gestik der Menschen um uns herum nur schwer entschlüsseln. Vielleicht gar nicht. Wir wären permanent gezwungen, bewusst nachzudenken, was dies oder jene menschliche Regung bedeutet. Das wäre wohl sehr anstrengend. Denn das soziale Verhalten, von dem wir immer zu und immer zu umgeben sind, das können wir eigentlich intuitiv entschlüsseln. Wenn wir erstmal ein Dekodierapparat anwerfen müssen, um zu erkennen, was es da geht, dann ist das sehr anstrengend. Zudem stellen wir uns vor, dass alles, was unsere Ordnungsmechanismen durchbricht, sich rasend schnell zu einer existenziellen Bedrohung aufbläst. Wäre das der Fall, so wäre unser Bedürfnis nach Struktur und Ordnung, wie gesagt, wir haben das alle. Wäre das der Fall, so wäre dieses Bedürfnis extrem hoch. Wir müssten uns Selektions- und Ausblendmechanismen überlegen, um die Situation überhaupt aushalten zu können. Solche Ausblendmechanismen sind es etwa, wenn am Morgen die schwarzen Strümpfe und wirklich nur die schwarzen Strümpfe angezogen werden und diese genau drei Zentimeter über dem Flöchel enden müssen. Oder wenn die Kaffeetasse genau rechts vom genau vorgesehenen Teller stehen muss. Und das auch in einem klar definierten Abstand. Und es darf auch keine andere Kaffeetasse sein. So ein Ordnungsmechanismus ist es, wenn wir uns auf etwas fokussieren und besondere Vorliebe für Schühe haben oder für Schnüren oder für Zahlen. Oder so ein Ordnungsmechanismus ist es auch, wenn wir uns permanent ein und denselben Sinnesreiz zufügen müssen, auch wenn es ein sehr schmerzhafter ist. Es ist ein Ordnungsmechanismus. Aus den Geländern würden dann Gefängnisstäbe werden. Allerdings, und das möchte ich wirklich betonen, sind das Gefängnisstäbe, die uns dann helfen können, überhaupt zu übernehmen. Inklusion Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K. Und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagte Herr K. der Mensch. Diese Geschichte von der Verbrech kommt uns vielleicht vertraut vor. Wenn wir ehrlich sind, machen wir doch sehr gerne Entwürfe von den anderen Menschen. Und sehr, sehr ungerne ändern wir unsere Entwürfe. Viel lieber wollen wir doch, dass die anderen sich unserem Entwurf anpassen. Geht es um Inklusion, wird dieses Festhalten an Entwürfen zum besonderen Problem. Inklusion bedeutet nicht, dass wir an unseren Vorstellungen von normal festhalten und großzügigerweise den Menschen, die unsere Normvorstellungen aus welchen Gründen auch immer nicht erfüllen können, trotzdem einen Platz unter uns geben. Solange das halt irgendwie geht. Menschen, die Migrationshintergrund haben, denen wir eine Behinderung attestieren oder eine psychische Erkrankung oder vielleicht Autismus. Nimmt man das Projekt Inklusion ernst, dann bedeutet das, dass wir die Bereitschaft aufbringen müssen, immer wieder neue Entwürfe voneinander zu machen. Es bedeutet, dass wir Unterschiedlichkeit zur Normalität erklären. Und alles von unserer Haltung bis hin zu unseren Institutionen so formend, dass Diversität möglich und gewünscht ist. Und hier kommt ganz rasch die Kunst ins Spiel. Denn wenn wir bildnerisch arbeiten, betreten wir einen Bereich, in dem es erlaubt ist, Regeln und Normen, der beginnt ein fortwährendes Denken im immer neue Entwürfe. Wenn wir uns im Raum hier umschauen, dann meine ich, dass wir hier sehr viele Bilder haben, die keine fertigen, geschlossenen Erklärungen sind, die dann unumstößig daherkommen. Nein, wir haben hier Bilder, die Momentaufnahmen sind, in einem vorsichtigen und zaghaften Annäherungsprozess. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Wir sehen hier Spuren, die eine Suche, Spuren einer Suche, die Wahrheiten aushält. Wenn wir diese Bilder anschauen, die uns vielleicht so fremd erscheinen, die wir nicht so klar fassen können. Was ist es denn? Ich erkenne keinen Hirsch, ich erkenne keinen Baum, keinen Delfin und keinen Sonnenuntergang. Das sind Spuren dieses Wagen, vielleicht auf Gefühle und Emotionen basierenden Annäherungsprozesses. Wir sehen auch Vorstellungsfragmente, die zu festen Formen geworden sind, wenn wir uns so abbildende Werke hier anschauen. Aber auch diese Arbeiten haben in sich immer noch etwas Offenes. Denn wenn ich sie mir genauer anschaue, dann stoße ich quasi auf den doppelten Boden. Wenn wir in den Käfig von oben schauen, dann sehen wir uns selbst im Spiegel. Und schon geht es spiellos der vielen Bedeutungen, die in einem Kunstwerk zu finden sind. Und da öffnet sich die enge Vorstellungsgestalt und wird so etwas, was viel Bewegung und vielemacht hat. Man kann sicher sein, schon alles wahrgenommen zu haben, wenn man es mit Kunst zu tun bekommt. Und das ist sehr gut. Denn wenn man sich einer Sache sicher ist, dann fragt man nicht mehr und dann sucht man nicht mehr. Und Fragen und Suchen, das sind zwei große Qualitäten. Da Kunst auch das Artikulationsfeld ist, das das Vieldeutige und letztlich auch das Rätselhafte besonders schätzt, dürfen wir im Feld der Kunst auch nicht verstehen. Wenn wir uns Bilder anschauen, dann kann es uns passieren, dass wir eben gerade nicht verstehen, was da gemeint ist. Wir suchen ja immer ganz gerne nach einfachen Erklärungen und dann kommt ein Bild und schwärzt sich. Oder es kommt eine Skulptur und sagt mir nicht einfach, was sie ist. Sie schickt mich mit einer Frage nach Hause. Und auch das ist sehr gut zu mir. Denn so lässt sie die Offenheit, dass ich immer wieder nachdenke und mir immer wieder neu überlege, was es denn sein könnte. Und das ist auch eine Qualität, die wir im Leben unbedingt brauchen, denke ich. Es geht um das Ungesagte, es geht um das Unsagbare. Und wenn wir es genau betrachten, geht es um das Unsagbare ja ganz oft auch in menschlichen Beziehungen. Wir benutzen viele Worte. Verstehen tun wir doch allenfalls für sehr kurze Augenhöhe. Wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir vielleicht eher auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und ich meine es nicht als Floskel, aber wenn der Begriff der Augenhöhe momentan gerade zur Floskel verkommen. Ich meine eine Augenhöhe wirklich mit allen Menschen. Inklusion ist ein Gesellschaftsprojekt, ein Projekt des Miteinander in Beziehung treten. Da sollte das Nichtsagbare und das Nichtsagbare verstehen können. Das, was wir mit unseren Erklärungen bestenfalls streiten können, wir achten können. Und dabei können künstlerische Projekte wie dieses hier helfen. Wir können sehen, dass der Bruch mit Normen gelingen kann und dass uns das auch gar nicht wehtut. Wir können das Denken im Entwurf sehen und können uns darauf einlassen. Und wir können eben sehen, dass es nicht immer die klaren Erklärungen braucht. Sondern dass uns vage Verstehensprozesse vielleicht viel weiter tragen. Diese vorsichtigen Annäherungen, die sehen wir hier in dieser Ausstellung. Und da sehe ich die große Qualität in diesem Projekt. Diese Arbeiten zeigen uns, wie wir versuchen können, Fäden zu spinnen. Nicht Fäden des Verstehens, sondern Fäden des Verstehen-Wollens. Fäden zwischen mir und dir, zwischen Ihnen und Ihnen. Und wenn wir gut genug geübt haben, Fäden zu spinnen, dann können wir vielleicht auch inklusiv. Ich bedanke mich bei allen für diese Ausstellung und dass ich dabei sein darf. Ich bedanke mich bei allen für die Ausstellung und die Ausstellung und die Ausstellung und die Ausstellung. Ich bedanke mich bei allen für die Ausstellung. Ich bedanke mich bei allen für die Ausstellung.